Grüß Gott und Willkommen bei Glaubenskompass. Die Bibel versichert uns, dass unser Schöpfer eine persönliche Beziehung zu uns Menschen sucht. Und doch leben viele Christen so, als gäbe es Gott gar nicht, oder als wäre er nur der ganz entfernt im unzugänglichen Licht thronende Weltenrichter. Warum eine persönliche Beziehung zu Gott das A und O unseres christlichen Glaubens ist, darüber wollen wir heute mit einer Frau sprechen, die einen langen Weg zu Jesus Christus hinter sich hat. Herzlich willkommen, Gabriele Kubi. Frau Kubi, wann ist Ihnen eigentlich aufgegangen, dass es sich bei Gott nicht um ein Abstraktum oder eine Idee, sondern um eine Person, um ein Du handelt? Meine Gottsohre hat sehr lange gedauert. Eigentlich gab es ein Gotteserlebnis 1973, schon ziemlich lange her. Und dann habe ich über 20 Jahre gesucht, und zwar auf den Wegen der Esoterik. Und da ist Gott ja keine Person, sondern eine universelle Energie. Das Kennzeichen von diesen ganzen Angeboten ist, dass man nicht findet. Deswegen geht man auch von Workshop zu Workshop, von Guru zu Guru. Ich war sehr froh, dass ich mich nicht verstrickt habe in einer dieser Methoden, aber ich musste immer wieder Abschied nehmen, immer wieder weitersuchen. Und da mein Leben geprägt ist davon, dass ich Wahrheit suche, Edith Stein hat gesagt, wer die Wahrheit sucht, findet Gott. Das zieht mein ganzes Leben. Das ist auch eigentlich der Grundton meiner Arbeit, bin ich schließlich durch eine große Lebenskrise genötigt worden, über die Schwelle zu gehen. Da gab es auch Hilfe. Es kam eine Frau an meine Tür und hat gesagt, bete. Und da habe ich zum ersten Mal zu Gott, als dem persönlichen Gott gebetet. Vor einer Buddha-Statue, vor einer indischen Avatar und so weiter. Dieses mich wirklich an den persönlichen Gott richten, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, brauchte damals ganz großen Mut. Es war für mich, als müsste ich vom 10-Meter-Brett springen, ohne zu wissen, ob unten Wasser ist. Glauben ist ein anderer Modus. Es heißt nicht, wir setzen uns alles zurecht, sondern wir glauben, dass Gott uns kennt, dass Gott mich kennt. Und dann begann dieser Glaubensweg, der zunehmend zu einer persönlichen Gotteserfahrung geführt hat und führt. Das war also ein Weg über eine persönliche Beziehung. Nun glauben wir Katholiken ja auch an die Sakramente, an die Zeichenhaftigkeit des Glaubens, mit denen viele Katholiken heute aber nichts mehr am Hut haben. Sie gehen nicht mehr in die Kirche, lassen ihre Kinder nicht mehr taufen und so weiter. Welche Rolle haben diese Sakramente eigentlich noch für unseren Glauben, wenn man den Weg zu Gott ja auch anders finden kann? Ich möchte gleich was über die Sakramente sagen, die ganz zentral sind für unseren Glaubensweg. Es ist nicht der einzige Zugang. Und vielleicht ist der unerlässliche Zugang, der unerlässliche Zugang ist das Gebet, dass ich mit Gott spreche. Wenn ich eine Beziehung zu einer Person haben will, ist auch auf der menschlichen Ebene das Sprechen zentral. Und um mit Gott zu sprechen, beten wir. Und wenn wir das wirklich tun, nicht nur vorgeformulierte Gebete irgendwie aufsagen, sondern tatsächlich das, was in unserem Herzen ist, tatsächlich vor Gott tragen, das ist eigentlich der innere Kern von Gebet und uns öffnen für diese Wirklichkeit, dann nur so kann diese persönliche Beziehung entstehen. Gebet heißt auch Christus kennenlernen, im Gebet und durch sein Wort. Also das Wort der Bibel, wo uns Jesus durch sein Wort erscheint, das zum Thema des Gebetes machen, zu fragen, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und seine eigenen Worte zu nehmen, führt in diese Tiefe der persönlichen Beziehung. Und Sie haben jetzt nach den Sakramenten gefragt. Für mich war eine der allerersten Erfahrungen die Eucharistie. Ich wurde mitgenommen, noch bevor ich 1997 in die Kirche tatsächlich eingetreten war, hat mich Gott sei Dank jemand mitgenommen vor das Allerheiligste. Und es war eine sehr sonderbare, es war eine ganz intensive Erfahrung. Ich habe gemerkt, hoppla, es war irritierend zu diesem Zeitpunkt. Ich bin dann in der Kirche in die letzte Bank gegangen, dann ließ dieses Gefühl nach, dann bin ich wieder nach vorne gegangen, da habe ich gemerkt, hier ist Gegenwart. Und seitdem bestimmt die Zugang zu Jesus Christus durch das Sakrament der Eucharistie in der Heiligen Messe und durch Anbetung, ist der Kern meines eigenen Weges, der darauf ausgerichtet ist, in dieser Freundschaft mit Gott zu leben und in dieser Freundschaft zu wachsen. Diese Freundschaft mit Jesus kann man auch im stillen Kämmerlein erfahren. Reicht das aus oder muss ein Christ auch Zeugnis ablegen vor der Welt von seinem Glauben? Die Bergpredigt sagt uns, wir sollen Salz der Welt sein, wir sollen das Licht auf dem Schemel sein. Wenn wir Christen sind, geht es gar nicht anders. Dann leben wir anders als die Welt um uns herum und wir werden sichtbar als die, die anders leben. Und ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, mit, wie Jesus sagt, klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben, in der Welt unseren Glauben zu bekennen und auch für den Raum tatsächlich uns einzusetzen und zunehmend müssen wir dafür kämpfen, indem wir überhaupt noch Christen sein können. Wenn wir das nicht tun, was wir so lange nicht getan haben, wenn wir unserem stillen Kämmerlein bleiben und sagen, ich habe ja hier meine christliche Kuschelecke, meine Freunde, meine Familie, ich habe auch die Priester, wo ich ungefähr das bekomme, was ich möchte. Das war lange Zeit die Haltung der Christen und wir merken jetzt, oh, der Raum wird enger. Wir können unsere Kinder nicht mehr so erziehen, im Glauben erziehen. Sie werden uns regelrecht geraubt durch die Medien und geraubt durch das, was in den Schulen passiert, durch die erzwungene, obligatorische, nichtsexuale Aufklärung, sondern Sexerziehung, die in den Schulen stattfindet. Wenn wir da nicht kämpfen, verlieren wir den Raum, in dem wir überhaupt noch Christen sein können. Da entsteht jetzt langsam eine Erwachung. Mit diesem Auftrag, in der Gesellschaft präsent zu sein als Christen, dazu werden wir aufgefordert von den Päpsten. Papst Benedikt XVI. hat es ganz klar gesagt,